Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Unterwegs in Düsterburg. Es tut mir so leid, dass es so lange gedauert hat mit der neuen Folge, aber ich habe das echt unterschätzt. Arbeit, Sozialleben, Hobbys, alles unter einen Hut zu bringen. Na gut, aber jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Ich lasse den Burschen lieber mal in Ruhe. Genau, wir haben die Vampire geschlagen, aber die sind leider alle zurück in ihre Särge verschwunden. Wir gucken mal hier auf diese Steintafel. Anordnung, aufgrund des immer noch anhaltenden Mangels an Frischblut werden die Blutrationen ab sofort nur noch wöchentlich ausgegeben. Xellra. So, so, dann sind die wahrscheinlich alle sehr durstig. Okay, dann gehen wir mal hier durch diese Gittertür. Ich hätte mir noch das Skelett vielleicht angucken können. Nein. Ach du Jumine, was ist denn hier los? Was haben die hier mit den Leuten angestellt? Ausgesaugt, Grandy. Seht euch doch nur die Wunden an, die den Körper dieses Wesens übersäen. Kennen diese Kreaturen denn überhaupt kein Erbarmen? Bei den Göttern, sie sind doch am Leben. Die Blutsauger verwenden sie wohl schon seit Jahren als Nahrungsquelle. Grandy, es gibt nichts, was wir für diese armen Menschen tun könnten. Ihr Blut ist auf alle Zeiten vergiftet. Wenn sie sterben, werden sie wieder auferstehen als Vampire. Und sie werden nicht weniger gnadlos sein als jene, die sie hier gequält haben. Wenn wir sie erlösen wollen, müssen wir sie töten, Grandy. Das ist ihre einzige Chance. Aber dazu bedarf es einen geweihten Flockes. Und den haben wir nicht. Oha, das ist ja furchtbar hier. Okay. Ah, und das ist ziemlich laut in meinen Ohren. Okay, wir suchen diesen Ring. Aber wo finden wir den denn? Also scheinbar nicht bei diesen Leichen hier. Guck mal nochmal. Nein. Also es gibt hier vielleicht eine Tür oder so. Ah, Geheimgang? Nein. Okay, das ist echt laut. Ich hoffe, es ist nicht so laut für euch wie für mich. Ah. Okay, und jetzt? Ich lasse den Burschen mal lieber in Ruhe. Ja. Ähm. Wo finden wir denn diesen blöden Ring? Den wir dann Xellrahm geben können. Nichts, was uns weiterhelfen könnte. Ah, hier scheint er nicht zu sein. Dann gehen wir mal wieder nach draußen. Wir haben den Ring vergessen. Ja, aber wo ist der Ring? Der eine Ring, ihn zu knechten. Äh, sie zu knechten. Vielleicht hier. Ah. Oh. Ich habe Schreie gehört. Was geht hier vor? Wir sind die wilden Vampirjäger. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Wir sollen Hauptmann Knurrgans Wolfsring erbetteln. Was müssen wir tun, um euch dazu zu bewegen, ihn uns zu überlassen? Versucht bloß nicht, mich zum Narren zu halten. Raus mit der Sprache. Was treibt ihr her? Was treibt ihr hier? Ihr habt die Schreie eurer Schergen gehört, Xellrahm, als sie zur Hölle gefahren sind. Schön. Ich werde meine Fangzähne an euren Eingeweiden säubern. Oha. Xellrahm greift an. Juhu. Gut. Grandy kann ja mal probieren. Vielleicht hier so ein platzierter Angriff. Libra. Ja, die Magie. Das ist alles, glaube ich. Ist egal, welche Zauber wir nehmen. Du machst auf jeden Fall zuerst Hunger an die Nacht. Und Dankwart. Ein Stoßgebet. Ja. Ja. Äh, der war echt aus. So, all unsere Parade steigt. Das ist sehr schön. Grandy war echt aus. Dann hau mal drauf. Ich glaube, das funktioniert besser. So, du machst jetzt den Tanz der Sonne und Dankwart wieder ein Stoßgebet. Ich weiß gar nicht, wie es mit unserer Heilung steht. Ich weiß immer noch nicht, ob Tarius, wenn der uns heilt, also außerhalb des Kampfes, ob das alles heilt oder nur, ähm, huch. Ich hab nicht gelesen. Okay. Oh, Grandy. Ja, Grandy könnte etwas Heilung vertragen. Machen wir gleich sofort. Tanz der Sonne. Vielleicht hätte, ähm, Libra lieber ihn heilen sollen. Ach, naja. Das kriegen wir schon hin, ne? Genesung. Hau, Druck. Bäams. So, Grandy. Gut, dass Dankwart immer ausweicht. Ähm, ja. Schockfrosten. Wir machen einfach dasselbe wie immer. So, du machst jetzt nicht dein Stoßgebet. Ich weiß nicht, wie stark dieser Typ ist und wie viel der aushält. Kaboom. Aber wir zähmen denen doch schon ganz schön was ab. Kann man ja nicht anders sagen. Dass wir dann irgendwann keine Zauberpunkte mehr haben. Ah, ihr versteht euer Handwerk. Es ist Zeit, mich zu verabschieden. Eure Anwesenheit dürft ihr den Herzog brennend interessieren. Oh. Ich dachte, der will abhauen. Ähm. Weiß nicht, ob der jetzt... Wir können uns ja mal verteidigen. Alle blocken ab. Oh, er verdrückt sich. Gewonnen. Toll. Ey. Lebt wohl, solange ihr noch könnt. Bleib stehen, du blödes Fledermausvieh. Der gibt jetzt doch nicht etwa dem, ähm... Na. Dem Herzog Bescheid, den wir vernichten wollen. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Bleib still! Doof, dass wir nicht schneller laufen können. Ich drücke mich hier lang. Du entkommst uns nicht. Hoffe ich mal. Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung, die wir treffen. Dass wir dem Vieh folgen. Hey, hier kommen wir nicht hinterher. Ich erledige das. Bam. Erwischt. Hervorragende Arbeit, Libra. Das sollte uns etwas Zeit verschaffen. Trotzdem sollten wir nicht übermütig werden. Selran wird nicht lange brauchen, um sich von diesem Schlag zu erholen. Die Zeit drängt. Alles klar. Guter Treffer, Libra. Gut gemacht. Gut, dann gehen wir jetzt zurück. Ich würde sagen, wir übergeben den Ring. Ich weiß nicht, ob wir uns hier noch die Porträts angucken können. Hoi, 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 da kriege ich aber Angst. Ich glaube, wir haben keine Zeit dafür. Lassen wir das lieber. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Und, äh... Okay. Achso, wir haben den Ring ja noch gar nicht. Vielleicht hat Selran den aber. Hier stand ja noch sein Sarg. Lauf doch schneller, Grandy. Hier. Vielleicht ist der ja da drin. Da ist der Ring. Wolfsring gefunden. Sehr gut. So, jetzt muss ich nur noch mal finden, wo diese blöden Wölfe... Ah, hier sind die da, die so schreien. Nein, 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 nein. Hört auf. Du willst da nicht wirklich raus, Grandy, oder? Ich meine, ohne Verkleidung und so. Hoppla. Gut, dass du mich dran erinnerst. So, wieder schick mit Perücke und, äh... Outfit. Wo waren jetzt diese blöden Wölfe? Scheiße. Ich weiß das nicht mehr. Da rechts waren, glaube ich, diese Skelette, die komische Sachen getrieben haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Müssen wir jetzt nach links? Und wenn diese Brücke... Und war das dann jetzt hier? Das bringt nichts. Nein. Mist. Okay, die Tür, die ist, äh... Achso, die war, glaube ich, beim letzten Mal auch schon verschlossen. Kann das sein? Mist! Ich habe Zeit verloren. Kostbare Zeit. Ich weiß auch nicht, ob wir hier auf Zeit überhaupt spielen. Aber, hey, Dankwart hat gesagt, wir müssen uns beeilen. Also beeile ich mich hier lieber, ne? Okay, ich glaube, wir müssen hier nach oben. Genau. Die Treppe hoch. Bin ich jetzt hier richtig? Oh, Mann. Äh, jetzt hier links? Oh. Ja, 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 schon gut, schon gut. Nein, da wollte ich nicht langen. Tut mir leid. Falsch, falsch gegangen. Ah, ja, hier bin ich. Okay. Puh, ich habe es doch noch gefunden. So, dann geben wir dem schnell den Ring und dann können wir abnehmen, ne? Na, komm. Und, habt ihr den Ring? Klar doch, war eigentlich kein großes Problem. Tatsächlich. Ich muss zugeben, ich fange an, ein wenig von euch beeindruckt zu sein. Ja, danke. Könntet ihr jetzt vielleicht eure Leute anweisen, den Weg frei zu machen? Wir sind etwas in Eile. Ich werde ein Schreiben an meine Leute aufsetzen, das euch freien Durchgang gewährt. Ja, kannst du dich ein bisschen beeilen? Der Kerl hat ja die Ruhe weg. Wenn Xelram den Herzog alarmiert, sind wir geliefert. Ich weiß, aber wenn wir ihm jetzt noch mehr Dampf machen, überlegt er sich die Sache vielleicht doch noch anders. Ah ja, das ging ja wenigstens ganz so schnell. Ja, bitte. Mein Rodel steht tief in eurer Schuld. Gesiegelten Brief halten. Okay, dankeschön. Und jetzt raus her! Ja, ja, wir sind schon weg. Keine Sorge. Tschüss. Gut, dann gehen wir jetzt zurück in den Festsaal. Und dann müssten uns die Wachen ja eigentlich nach oben lassen. Ich dachte, wir wollten jetzt zum Herzog. Aber, naja. Es ist vielleicht... Granny, beeilt euch! Uns läuft die Zeit davon! Ja, ich bache ja schon so schnell ich kann. Wir können hier kurz speichern. Vielleicht ist das eine gute Idee? Nein, der Speicherpunkt ist weg. Nein! Okay, dann können wir hier leider nicht speichern. Ich gehe doch... Gehe ich jetzt den richtigen Weg überhaupt? Ja. Wir müssen jetzt nicht nach links, sondern nach oben. Okay. Ja. Naja, vielleicht ist es besser, wenn wir den Herzog überraschen, als wenn der von uns schon erfährt. Und sich auf uns vorbereiten kann oder so. Das wollen wir natürlich nicht. So, hallo. Hier sind wir wieder. Da, 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 da. Kommen wir jetzt hier durch? Oder macht er immer noch... Kein Durchgang. Wohldurchgang. Wir haben eine Erlaubnis von deinem Hauptmann. Zeig mal her. Bitte schön. Äh. Und was steht da drin? Da steht drin, dass du uns durchlassen sollst, du Kretin. Erkennst du denn nicht das Siegel deines Hauptmanns? Ah ja, jetzt, wo ihr es sagt. Ihr dürft natürlich passieren. Dankeschön. Wurde ja auch Zeit. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Es gab ja auch einen noch auf der anderen Seite. Hier sind noch Bilder. Der sieht aber böse aus. Ein weiteres Bild, das Maltur zeigt. Den legendären Sohn des dunklen Gottes. Okay. Ja, ich glaube, wir haben keine Zeit, uns Bilder an der Wand anzugucken. An den Wachen sind wir jetzt erstmal vorbei, denke ich. Was kommt als nächstes auf uns zu, Dunkwart? Wir sind gleich in meinem Laboratorium. Von dort aus gelangen wir direkt zu meinem früheren Privatgemächern. Ich denke, wir können uns die Maske gerade ab sofort sparen. Wenn wir jemanden treffen, der war... Dann wahrscheinlich den Herzog persönlich. Und in diesem Fall sehe ich es, vorkampfbereit zu sein. Da habt ihr sicher recht. Das stimmt. Ich meine, wir können auch in der Verkleidung kämpfen, aber... Der Herzog wird unsere Verkleidung sowieso durchschauen. Hier ist schon wieder dieses Bild. Immer die gleichen Themen. Langsam wird es langweilig. Dieses Motiv stammt, glaube ich, aus einem Singenspiel. Den Titel habe ich leider vergessen. Ja, das Bild kennen wir doch schon. So. Aha. Hier sind wir jetzt in Dunkwartes Laboratorium. Das kennen wir ja noch von diesem Flashback vom Anfang. Ich würde sagen, wir speichern erstmal. Ja, bitte. So. Was haben wir hier? Euer Durchlauch. Es fällt mir schwer zu beschreiben, wie sehr ich es bedauere, eurer... Äh... Anfrage nach einem Satz Werkzeuge zur Wartung eurer technischen Gerätschaften wieder einmal abschlägig beantworten zu müssen. Das Problem ist, wie ihr in eurer vermesslichen, weisheitlichen Ahnen könnt, das Material. Die Königsberger Regierung hatte die Lieferung an Stahl an uns untersagt. Und das Metall, das wir selbst zu fertigen in der Lage sind, ist zu weich für eure Zwecke. Ich hoffe inständig, dass ihr mit eurer derzeitigen Lösung vorerst noch zur... noch zu Rande kommen könnt. Euer untertänigster Diener, depperte Drombosch. Der deppert. Schön zu lesen, was Warnfried für Probleme mit meinem Werkzeug hat. Auch noch nach 20 Jahren. Ja, ähm, dann schauen wir uns hier mal um. Ein Energie... Ein Energiebeschleunigungs-Dings da. Auf diese Erfindung bin ich wirklich stolz. Ah, und ein besserer Name ist ihm nicht eingefallen. Bitte seid sehr vorsichtig mit diesem Gerät. Das ist mein Schweb... Schwebklotron. Schwebklotron? Eine weitere kleine Erfindung meinerseits. Der Schwebklotron kehrt sozusagen die Gravitation um. Gravitation? Ähm, also das ist wirklich zu kompliziert, um es jetzt in vollem Umfang zu erläutern. Konzentrieren wir uns lieber wieder auf unsere Aufgabe. Die da wäre... Hallo? Wie dazu sagt der nächste Saison noch Schalter, aber die will ich jetzt nicht umlegen. Physik versus Magie. Kein Widerspruch. Die Physik der Naturgewalten. Das kleine Zauber einmal eins. Aha. Der Mensch und die Biologie. Die Kraft der Natur. Chemie für Fortgeschrittene. Nanu, wie unpassend für ein Labor. Lauter Schauer-Romane von einem Gewissen von Juntz. Okay, ist hier auch noch aus. Lauter Bücher über Zeit, Astronomie und Himmelsmechanik. So, hier ist der schöne Feuerholz. Der Kamin meine ich. Was ist denn das für ein Blechhaufen? Das ist ein Energieumwandler. Eine bescheidene Erfindung meinerseits. Ähm. War nicht böse gemeint, Dankwart. Was bewirkt dieses Gerät denn? Ohne den Energieumwandler funktioniert in diesem Labor fast gar nichts. Die Geräte befinden sich alle auf dem neuesten Stand der Technik und benötigen eine Kombination aus magischer und herkömmlicher Energie. Aha. Und was genau? Einmal für Trottel, bitte. Zuerst wird das Gerät mit Kohle befeuert, um anschließend noch magisch aufgeladen zu werden. Die Kombination beider Kräfte erzeugt eine neuartige Form von Energie, die ich selbst erforscht habe und in Königsberg patentieren ließ. Die Dankwazität. Klingt nach Hautkrankheit. Auch Grandy, eure Scherze lassen aber spürbar nach in der letzten Zeit. Allein die Dankwazität ermöglicht eine konstant niedrige Energiezufuhr, die diese sensiblen Apparaturen über einen längeren Zeitraum in Gang hält. Ein magisches Blitzgewitter, das eine ähnliche Form der Energie erzeugt, würde das ganze System überladen und außerdem viel zu schnell ausbrennen. Äh, vielen Dank. Ich glaube, ich habe euer System soweit kapiert. Als ob, Dankwart. Äh, Grandy, als ob. Ja, können wir das Ding auch benutzen? Das bringt uns nicht weiter. Hm. Hier sind noch irgendwelche Kisten. Leer. Sagt mal, Dankwart, mit der Kohle hier müssten wir doch euer Energiedingsbums umtreiben können. Ihr habt meine Erklärung ja tatsächlich verstanden, Grandy. Ich bin mal wieder von euch überrascht. Kohle eingesackt. Ja, das machen wir dann gleich. Ich gucke erst mal, was es hier noch so zu sehen gibt. Oh. Die Kiste ist geladen. Dann müssen wir sie nur noch anfeuern. Tretet bitte einen Moment zur Seite, Grandy. Ups, ich wollte das jetzt noch gar nicht. Ich will noch da die Leiter hochgehen und... Fast so gemütlich wie ein lauschiges Kaminfeuer. Ähm, schön. Was... Meine Güte, was soll das denn wieder darstellen? Kaum zu glauben. Warnfried hat meinen Zeitenwandler genommen und umgebaut. Ich erkenne die Maschine kaum wieder. Zeitenwandler? Ja, ich habe euch doch von meinen Experimenten erzählt, mit denen ich versuchte, das menschliche Leben zu verlängern. Der Zeitenwandler diente dem Zwecke, einen Körper aus der Vergangenheit mit dem gealterten Körper der gleichen Person verschmelzen zu lassen. Der Körper sollte auf diese Weise verjüngt werden, aber das war ein Irrweg. Ich musste feststellen, dass es nicht möglich ist, Materie zwischen den Zeiten zu bewegen. Man kann nur ein Abbild, einen Avatar erschaffen. Darüber hinaus gab es noch andere Komplikationen, über die ich jetzt lieber nicht sprechen will. Ich will es gar nicht wissen. Aber ihr habt doch gemeint, dass Warnfried die Maschine umgebaut hat. Könnt ihr auch sagen, was er verändert hat? Ihr meint, in welchem Zweck der Apparat jetzt dient? Ich werde mir das Ganze mal näher ansehen. Nein. Hier kann man verschiedene Dinge einstellen. Diverse Regler für Zahlen. Die sind nicht von mir eingebaut worden. Noch mehr Regler. Scheint sich um eine Art Koordinatensystem zu handeln. Natürlich! Randy, das ist eine Zeitmaschine! Er hat mein Modell einfach umgepolt. Mit diesem Gerät ist es möglich, in die Vergangenheit zu reisen. Oha. Langsam wird mir alles klar. Nachdem ihm bewusst wurde, dass er gegen euch und Libra keine Chance hatte, flüchtete er in seine Zeitmaschine. Er floh in die Vergangenheit und dort muss er irgendetwas getan haben, das letzten Endes verhinderte, dass ihr beide existieren konntet. Hä? Wie soll er so etwas denn bitte angestellt haben? Ich weiß es nicht, Randy. Er könnte euch als Kinder heimgesuchen und umgebracht haben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber wir sind doch hier, Dankwart. Wir leben. Die Welt lässt sich nicht so leicht umgeben. Ihre Kinder betrügen, Randy. Die Ordnung der Dinge fand einen anderen Weg. Euch am Leben zu erhalten. Allerdings hat euch diese Blutsauger die schönsten Erinnerungen eures Lebens geraubt und dafür wird er bezahlen müssen. Können wir diese Maschine irgendwie gegen ihn einsetzen, Dankwart? Ansonsten sehe ich nämlich schwarz für unsere Pläne. Warnfried ist uns mit seinen Leuten haushoch überlegen und es wird nicht lange dauern, bis sie uns hier aufspüren. Wenn sich Warnfried diese Geräte bedienen konnte, um seinen Hals zu retten, dann können wir es auch. Aber wie? Dieser Blutsauger ist in die Vergangenheit gereist, um seinen Hals zu retten. Also gut, das können wir auch. Wir müssen nichts weiter tun, als diese Maschine in Gang zu setzen und all seine Untaten ungeschehen zu machen. Ich verstehe mich nicht auf diese Dinge. Mein Metier ist die Schwertkunst, aber wenn ihr meint, dass das die Lösung für alles ist, dann werden wir dieses Gerät eben anwerfen und Warnfried damit ins Nirgendwo blasen. Okay. Aber zuerst gehe ich diese Leiter da nach oben. Ich bin ja nicht blöd. Ich bin ja nicht blöd. Ich bin ja nicht blöd. Ich bin ja nicht blöd.